UNTERTITELUNG 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 von dem EU-Joch befreit, decken die Mülle, die Olanda Spiess und den Hörliemann. Die werden schien zufried und werden auch noch zuhaar. Jolla, 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 es ist doch der Sohn. Die fausten, wie lange sie mehr im Bildungsdepartement Darum braucht bald jeder Lehrer ein Burnout-Medikament durch das Reformen, Profilen und Professionalisieren müssen sich etwa zehn Spezialisten pro Klasse profilieren jedes Kind wird heute abgeklärt wenn das Kleine nach der Schule läuft Psychologen, Therapeuten, Gesundbetter werden grosszügig eingekauft. Jolla, 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 das ist doch der Sohn. Kein Nazi-Spieler kann die Hymne an der WM singen Es ist ein Schand nicht ein einziges Wort finden Auf Deutsch ist die Lösung Darum ändern wir den Text Eventuell auf Balkanisch wenn es der nicht geht, den Text das ist die Idee, die man muss die Hymne nicht neu erfinden und ganz sicher nicht nur wegen den vier-reckigen Gründen die Hymne nicht neu erfinden Die Hymne nicht neu erfinden Die Hymne nicht neu erfinden Der eine oder andere Chauffeur Es ist fast nicht möglich zu fahren durch das Nadelöhr Ein Lehrplätze darf man machen Es ist ja der erste Kreisel im Niederland Wenn wir an die Honorare denken Gute Nacht miteinander! Jolla, 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 jolla Sie schalten so! Das alte hysterische Städtchen gibt uns immer noch zu denken Vor lauter Parkplatz tust das eigene Chassis verränken Die 60 Asylanten könnten wir elegant integrieren Sebrastreifen polieren und den Mannen helfen beim Parkieren Vor lauter Mammucis Dreck siehst Kleider und Schuhläden Für jede Beide, wo zugeht gibt's Kebab und Türen Mario 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 Jolla, jolla, jolla Sie schalten so! In der neuen Post beim Bahnhof gibt's grossen Andrang Darum muss sie ein Zettel Darum muss sie ein Zettel Das weiss in welchem Rand Die Willisauer haben, glaube ich eine Hygienophobie Darum haben sie zusätzlich bewilliget noch eine Müllertrogerie Am Autosau stellen sie Die neusten Kläfte zur Schau Doch ab sofort nicht mehr zu Genf sondern im Städtli zu Wiesau Mario 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 Jolla, jolla Sie schalten so! Unsere Politiker spielen mit Fazit und Twitter und K.O. Treff Seht, dass ihr zu oft Kind schiebt Geschöpf Wegen Geri Müller aus Vater dem geilen Bock Statt die halbe Schweiz Schier und der Schock Statt die allen zu zeigen Seins elende Schnäbi Hat der gescheider abgedeckt Die Wecken mit dem Kläbi Jolla, jolla, jolla Die Wecken mit dem Kläbi Sie schalten so Sein Italien hat meine Schick Wenigstens Ruhe Bei Berlusconi geht's nur mit Sie Ganz sicher nicht mehr Danke an Merkel kommt Nicht ganz bei allem draus Sie sieht einfach hafig Wir könnten ihr doch ein Facelifting schenken Und der BH Könnt sie Affix tröbsten Ue hänfen Ula, 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 ula Ula, ula, ula Ula, ula, ula Ula, 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 ula Klavier spielt so Maruga Doch alles, was Sie red, isch eh nur Blabla Beim FC Luzern через Wege Schwarz Schein oder nicht rot Bei den Trainern weisst du nicht, ob die jetzige Schuhe wieder geht. Die Spieler kosten Millionen, meistens sind sie Jogolisten. An dem Match warst du wegen der Chaoten, scheinen nur noch Polizisten. Die ganze Mannschaft wollen wir, die Hosen der Marsch. Wir geben denen, wie die Schwatsche, den heftigen Tritt in den Arsch. Jola, 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 es ist halt so. Seit einem Jahr möchten wir den UB besuchen. Wir sollen ihn nicht in den Mars, sondern bei den Jorassien gehen. Er hat Jeans gegen tausend Kühen, alles Prachtsexemplar. Der Armkai muss mehlen, das ist ja furchtbar. Darum hätte UB kein Zeit fürs Kriegen und handelt mit Kühen. Die machen mit den Richtern auch weniger Mühe. Jola, 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 es ist halt so. Auf der Insel planet Luzerner eine neue Schiesserei. Dass die auch für Kackelbesucher etwas Noblings haben. Die Million von der Nationalbank ist somit fast aufgebraucht. Darum wird das Budget für diese WC total zusammengestucht. Es gibt Plätschgeschiessen, es braucht keine Spüle mehr. Das Wasser gehst du holen mit dem Kessel in den See. Fischbach kann wegen zu wenig Mütze die Schulräume nicht realisieren. Dann könnte man doch die Schüler in den Krone platzieren. Jetzt wird doch die Kronen auch noch abgerissen. Den Fischbachern geht es jetzt auch auf ich verschissen. Unser Vorschlag für die Gemeinde, für mein Kapital. Ein roglich-Milieu in den Metmenegg, das wäre doch genial. Jola, 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 Mallorca, ist halt so. Die Zügerkantonsräti zeigt sich mit viel Promil Auf das Ape steht auch weg, ihres Hirnigrad still Im Radio hat sie berichtet von heftigem Sex Wir fragen uns natürlich, ist es ein Mensch in der Nix? Am nächsten Morgen tut ihr das Chassis gross wie weh Hät sie echt den Schafbock geinget von der RSVP? Hät sie echt den Schafbock geinget von der RSVP? Zum Schloss dürfen wir wie alle jahr eins nicht vergessen Wir müssen nach dem Auftritt sofort ein Kotelett essen Für den Wahlkampf müssen wir natürlich topfit sein Drum brauchen wir neben dem Speck ein wenig guten Rotwein Denke dran, wir gehen gerne im Kantonsrot und Luzern Aber noch lieber wegen Damian Müller im Herbst auf Bern Jörgla, 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 Jörgla Nob, ji Sch Cruise Jörgla, 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 jörgla Hein der Hyawaner Neust nichtاغrer Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank.